Ach du Schöne. Ist das so ein Viech? Danke, nein. Für mich ist dieser Zug nichts. Moin Leute, willkommen zurück. Wir sind mal wieder bei einer weiteren Runde Zombie. Und wir sollen gerade, wie ich in der letzten Folge gehört habe, durch den Müllschlucker abhauen. Ist jetzt nicht so mein Favorit in Sachen Flucht, durch den Müllschlucker zu springen. Oder zu krabbeln oder zu rutschen oder was auch immer. Da vorne liegt noch Baseballschläger, die werden wir uns auch mitnehmen. Aber wenn das die einzigemöglichkeit ist, mache ich das natürlich. Um hier auch wieder rauszukommen. Gucken. Wo soll denn hier eine Müllschlucker? Ach da. Ja. Kaum zu übersehen. Ach du Kacke. Das wird wehtun. Autsch. Und klar, da ist schon wieder ein Zombie. Die Viecher sind auch überall. Hier los, komm hier. Putt, 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 putt. Och. Du gehst aber schnell auf. Der hat es nicht so ganz mit dem Durchhalten. Ähm. So, jetzt sind wir jetzt zurück zum Dock. Das werden wir auch gleich machen. Mal gucken, ob hier schon jetzt nichts mehr zu sein. Gut. Dann legen wir mal wieder los. Mal gucken, ob wir jetzt über die Kanalisation zum Dock können. Oder ob wir den Weg zurück latschen. Ich wäre da eher fürs Erste. Mal schauen. Hier durch. Okay. Jetzt kommt mir diese schöne Ladesequenz. Wie ich sie doch liebe. Okay. Einfach mal diesen Abschnitt hier. Ich glaube, den gibt es drei oder viermal in diesem Spiel. Und auch irgendwie null verändert. So ein bisschen recycelt. Schaden, dass man das so stark merkt. Okay. Wo kommen wir denn raus? Gerade gucken. Jetzt müssten wir doch schon wieder im Palast sein, oder nicht? Code eingeben. Gibt es hier irgendwo einen Code? Irgendwo. Steht da was drauf? Nein. Irgendwas an der Decke oder sowas? Die Sachen müssen ja knackbar sein. Das kann ja nicht sein, dass die... ...nur so aus Jux und Dollerei sozusagen da rumstehen. Aber wo steht der Code? Aber wo steht der Code? Ich kann jetzt nirgendwo hier was erkennen, was ein Code... ...bitte, was war das? Wir gehen hier mal rauf. recht flink, aber vorsichtig so, hier kann man mal wegnehmen komm schon, komm schon na also, und dann ach, jetzt sind wir wieder hier im, ja, Eingang oder im Flur, wie man das auch mal nennen möchte und dann sind wir auch schon wieder beim Dock wir gucken, ich müsste ja auch noch eine Probe für ihn haben nee, aber erst mal das Buch anscheinend ist es das? mhm okay, man sieht, dass er weiterredet aber man hört einfach nichts ist das jetzt ein Bug, oder ist das? nee, ist kein Bug oh, Mann das ist dies letzte Brief von Francis Bacon nädiger Francis und so weiter und so fort ja, er erwähnt den Kanazieschlüssel also, die Raben glauben, diesen Schlüssel zu besitzen und sie müssen noch irgendwo in London sein ich weiß nicht wie, aber wenn sie sie finden und den Schlüssel beschaffen könnte ich das Mittel herstellen bis dahin muss ich weitermachen ich habe der Klin und meiner Zunft einen eingeschworen die dunklen Ecken des Unwissens auszuleuchten und das werde ich passen Sie auf sich auf okay gut, dann nehmen wir mal diesen komischen Brief mit kann ich dem jetzt nicht den Dock hier die komische Spritze geben die ich gar nicht mehr mit dabei habe hübs ja gut und dann hauen wir jetzt aber mal wieder ab hier schön durch den Hintereingang wir könnten mal gerade die Schrot nachladen so, dass wir im Notfall auch eine schöne Waffe haben und dann nehmen wir mal die Abkürzung wohin? nach da hinten, okay dann mal los da waren wir auch schon ein, zwei Mal mal gucken, in welche Ecke es jetzt da geht sollen wir hier nicht raus? hey wir haben eine Aufgabe bekommen oder nicht? ach ne wir sollen zurück ins Safehaus keine Ahnung, warum das eben so geblinkt hat aber irgendwie sah das für mich so aus als müssten wir da hin aber gut hey ohne Mist, Leute ich habe doch gerade Safehaus ausgewählt oder nicht? wieso trägt er mich dann wieder zum Ballast? ein bisschen komisch bin ich jetzt wieder im Safehaus oder bin ich wieder ganz woanders? das sieht nach dem Safehaus aus gut dann würde ich sagen legen wir ach so ich habe mich gerade schon wieder gewundert hey, wo sind meine Sachen? wir legen das gamnige Fleisch mal weg mhm das Paddel legen wir auch weg wenn das gehen würde das Paddel kann man aber gar nicht weglegen legen wir das weg ich möchte nicht immer so viel mit mir rumschleppen gucken wir gerade mal, ob ich eine Waffe verbessern kann kann ich sogar die Feuerkraft kann ich dabei hochschrauben okay auch Magazin und Streuung Streuung wäre doch hier ganz gut oder nicht? aufwerten willst? ja Magazin wähle ich hier schon mal nicht Feuerkraft aber uh und gleich richtig ordentlich dann machen wir das einmal da und ja können wir jetzt ja hier das Kapazitätengedöns erweitern? ne wir packen da mal Feuerkraft drauf und das zur ähm Kapazitäterweiterung das lassen wir erstmal so vielleicht finden wir ja noch eine bessere Waffe wo wir es anwenden können ähm was soll ich denn jetzt eigentlich hier machen? wo bist du ja? was hast du da im Palast getrieben? na egal ich hätte da eine Idee okay es wird von einem Militärlager am Palast berichtet dem Befehler Colonel Waverly mein alter CO beim Desert Storm sag ihm der Prepper schickt dich du könntest ein paar bessere Waffen gebrauchen und ein wenig C4 könnte auch nicht schaden ja genau bessere Waffen und C4 das klingt doch äh wie Musik in meinen Ohren okay geht runter her gucken wir mal wieder auf ein paar Zombies abknallen können ne wir sind die in letzter Zeit nicht wirklich viel vertreten hier so wieder da durch okay scheint ein längerer Fußmarsch zu sein bis dahin wo wir die Sachen bekommen okay da hinten soll irgendwas sein im Zug ach du Schade ist das immer ein Viech danke nein für mich ist dieser Zug nichts das Problem weg nein das ist irgendwie auf die Nerven zisch ab was war denn das für ein Viech ich dachte jetzt dass es explodiert oder sowas aber nicht dass es einfach nur viel aushält aber ganz gut zu wissen dass es die Viecher auch gibt dann haben wir ja bald die ganzen klassischen Zombies alle abgehakt ei 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 lass doch einfach die Leiter los dann bist du doch viel schneller unten würde ich jetzt einfach mal ganz dreist behaupten hier raus dann müssten wir doch eigentlich schon in der Nähe oder sowas von diesem Ort sein wo wir hin sollen kann man jetzt eigentlich nicht vorstellen dass wir jetzt noch drei Jahre laufen sollen naja mal gucken was das Spiel so mit uns vorhat so die Raben von D rufen alle Überlebenden die Evakuierung beginnt wenn die Glocken des Towers läuten ich wiederhole grünes Licht für die Evakuierung ich dachte sie wäre tot aber verachte sie nicht die Raben könnten nicht meine Orgie im Puff organisieren Evakuierung scheiße sie knall dich hier ab und klauen dir deinen Bopps leh dich nach dem Karmel um er hat die Keycard für die mobile Waffenkammer yo ist klar ach du Schande nicht ins Wasser gehen nicht ins Wasser gehen nein ihr seid doch außerhalb des Wassers bleiben oh Schande ich sag dir im Gegensatz zu früher ist die Army heute ein verdammtes Ferien komm, fall hin du bist nicht wie ich machen kann perfekt rumdrehen komm, weiter gucken sind gar nicht so viele die Karte ist voll aber hier laufen gar nicht so viele rum wenn man die sein sollen unter Edisch waren die auch nicht Finisher da hinten die Tante scheint nicht wirklich vorbeischauen zu wollen oder doch dann haben wir mal den Bullen eine Schrotkugel immerhin was hat er? oh der Keycard oh der Fakker naja das mag er gewesen sein das ist eine gute Idee aber räum mir nicht die Uhren voll wenn ihr schlecht wird oder schlimmerisch jetzt ist er auf jeden Fall hinüber so ihr beiden kommt ihr doch mal her vielleicht immer die Rübe weg komm näher komm näher ach schade die äh der Behälter explodiert er gar nicht die Uhren ist auch weg nachladen können wir nicht schade dann können wir zumindest wieder die Waffe wechseln wo sollen denn jetzt die Leute sein? unter uns können die ja nicht sein die alle auf dem Radar sind aber guck mal na komm her sieht mir das extra was wenn ich bei dem in der Nähe bin oder was? bei dem Leben sieht man jetzt so nichts dann nehmen wir den auch nochmal hat auch so ein Steuerungszeug perfekt aber dann würde ich sagen beenden wir jetzt hier die Folge das passt glaube ich ganz gut und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder und dann gucken wir mal dass wir irgendwie mal stärkere Waffen und C4 bekommen wie der Typ uns das versprochen hat also wenn ich das ganze gefallen hat gerne einen Daumen nach oben da lassen und auch gerne hier müssen wir glaube ich durch ähm die Tage wieder einschalten ich bedanke mich fürs Zusehen und bis der Nordrhein ciao